Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 10. November 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1364 und heute habe ich nicht ganz so viele Themen wie gestern. Resident Evil, Fitbit, Spotify, Omegle, Omegle, wie man es auch immer aussprechen mag, und WordPress. Ich starte gleich mit diesem Resident Evil. Ja, es ist ja schon ein bisschen länger bekannt, jetzt ist es definitiv und wir wissen ein Datum. Resident Evil 4, das neueste Spiel Separate Ways, wie es der als Untertitel hat, wird als Universal Purchase ausgeliefert. Und zwar ab dem 20. Dezember 2023. Das heisst, du musst es nur einmal kaufen und kannst es auf dem iPhone, auf dem iPad oder auf dem Mac spielen. Und was nicht dabei ist, ist die Apple TV, sehe ich gerade. Schade, schade, schade. Aber mal schauen. Ich werde es mir auf dem iPad sicherlich mal ein bisschen genauer anschauen. Das könnte noch spannend werden. Nicht mehr ganz so spannend ist der Verkaufsstopp von Google in gewissen EU-Ländern. Weshalb hat Google nicht genannt? Sehr speziell in der Tschechischen Republik. In Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien und in der Slowakei. Also das schlägt eigentlich nur Luxemburg ein bisschen aus. Alles andere sind östliche Länder hier in Europa. Da wird Google aussetzen und zwar mit Fitbit-Produkten. Nicht nur die Hardware, auch die Software ein bisschen spezieller. Es gibt noch Updates für Kunden, die es schon haben. Und auch wenn du Probleme damit hast, kannst du nach wie vor da in Kontakt treten und hast Garantieansprüche etc. Was man aber nicht mehr hat, sind die kostenlosen Premium-Zugänge, die man ja bei einem neuen Produkt, ich glaube so ein halbes Jahr lang bekommt. Die fallen weg und zwar werden die aufgekündigt per sofort quasi. Man hat da noch 30 Tage zusätzlich, ohne zusätzliche Kosten, wo man es nutzen kann, aber dann ist es weg. Man kann dann zwar wieder ein neues Abo machen, aber man kann das aktuell nicht verlängern. Ein bisschen komisch. Vielleicht finden wir noch raus, weshalb Google da so einen harter Cut plötzlich gemacht hat. Dann gibt es Neuigkeiten für Spotify-Nutzende da draussen. Ihr könnt nämlich Spotify auf dem Fernseher und auf Konsolen usw. mit einem Update versehen. Unbedingt das Update anschmeissen. Denn es gibt eine neue App dafür. Die ist optisch, wie ich finde, sehr gelungen. Es schaut zumindest dem Video, das ich euch verlinken werde, sehr stimmig aus, wie das Ganze hin und her geschubst wird und gemacht wird. Mir gefällt es. Ich bin zwar kein Spotify-Nutzer, aber die Art und Weise, wie sie es aufbereiten, und auch diese Q-Q, also die Wiedergabeliste und so, das gefällt mir schon sehr gut. Was ich traurig finde, weil ich es nie geschafft habe, aber da sieht man auch, wie stark der Schuh gedrückt hat oder der Need da war, ich wollte immer mal dieses Omigle, Omigle oder wie es auch immer heisst, ausprobieren. Kennt ihr den Dienst? Im Jahre 2008, 2009, ich glaube 2009 kam es auf den Markt, von einem 18-Jährigen, der das programmiert hat. Man hat die Webseite betreten und dann hat man die Wahl zwischen Text und Video und konnte sich dann zusammenschliessen. Nehmen wir an, ich gehe da drauf und gleichzeitig geht jemand in Japan online, dann sehen wir uns beide oder können uns lesen. Ich sage jetzt mal die TV-Geschichte, weil das ist für mich emotionaler. Ja, man sieht dann jemanden auf dem anderen Ende der Welt und kann sich mit dem unterhalten, sofern das natürlich möglich ist und die beiden eine gemeinsame Sprache gefunden haben, in der sie sich unterhalten haben können. Ich habe es immer wieder auf TikTok gesehen, wenn irgendwelche Influencer wieder mal über Omigle gestartet, gestolpert sind und da lustige Geschichten gemacht haben, wo man dann Zuschauende gesehen hat. Oh mein Gott, das ist ja der und der von da und da. Ich hätte es einfach immer mal ausprobieren wollen, aber irgendwie habe ich es dann doch nie geschafft. Jetzt ist es leider zu spät, weil der Dienst wurde eingestellt. Er ist weder finanziell noch psychologisch nachhaltig, wie der Entwickler meinte. Na dann, auf neue Abenteuer. WordPress, ich habe es erst gerade in einer der letzten Episoden gesagt, hatte ein Update auf die Version 6.4. Ja, jetzt kam das nächste hinten nach, 6.4.1. Ein paar kleine Fehlerteufelchen haben sich eingeschlichen und die musste man dann natürlich korrigieren. Ja, das war es mit den Neuigkeiten und der aktuellen Woche. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere mitnehmen können. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Und wenn ihr mögt, hören wir uns bald wieder in einer dieser der nächsten Episoden. In diesem Sinne, bis dann. Dein Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.